Heute, am 12. September 2021, findet das sogenannte Hard Fork Combinator Event für Cardano statt, mit dem Smart Contracts nun auf dem Mainnet laufen können. Ein unglaublich wichtiger Meilenstein für das Cardano-Ökosystem. Der massive Preisanstieg, den wir in den letzten Wochen gesehen haben in Antizipation für das Upgrade, zeigte, dass die Erwartungen sehr hoch sind. Aber in den letzten Tagen bekam Cardano zunehmend Kritik und nicht wenig. Der Vorwurf, dass Cardano massive Probleme hat und bei weitem nicht bereit ist, Smart Contracts einzuführen. Heute schauen wir uns an, wieso Cardano diese Kritik bekommen hat, was dahinter steckt und ob das alles überhaupt wahr ist oder einfach nur FUD von Cardano-Hatern. Außerdem gebe ich am Ende noch meine eigene Prognose ab, was nun in den nächsten Wochen mit dem Preis von ADA passieren könnte. All das gibt es natürlich wie immer in wenigen Minuten. Und damit würde ich sagen, dass wir auch direkt mit dem Video beginnen. Alles, was ich hier so sage, ist keine finanzielle Beratung. Führ also bitte immer deine eigene Recherche durch, bevor du dein hart verdientes Geld irgendwo anlegst. Also, ich fange mal damit an, kurz zu erklären, wo diese Kritik gegen Cardano überhaupt angefangen hat. Und das war auf Twitter, als die erste dezentrale Exchange MinSwap am 3. September auf dem Cardano-Testnet live ging. Eigentlich ein sehr aufregendes Ereignis, aber keine zwei Stunden später nach dem Launch wurde der folgende Tweet von dem MinSwap-Twitter-Account veröffentlicht. Wegen des massiven Zustroms von Benutzern wird möglicherweise häufig die folgende Fehlermeldung angezeigt. UTXOs are being used this block. Das Problem der Parallelität, beziehungsweise auf Englisch Concurrency Issue. Man kann es sich so vorstellen, wie wenn zwei Personen gleichzeitig denselben Bankautomaten verwenden wollen. Und das geht einfach nicht. Und es brauchte nicht lang, bis sich die Nachricht auf Twitter, YouTube und auch so ziemlich jeder anderen Social-Media-Plattform herumgesprochen hatte. Und daraus entstanden vor allem zwei Vorwürfe. Erstens, dass dieses Concurrency- bzw. Parallelitätsproblem Cardanos fataler Fehler war. Und dass die Apps auf Cardano nur eine einzelne Transaktion pro Block verarbeiten können. Beides aber Fehlinformationen. Und das erklärte IOHK, das Entwicklungs- und Forschungsunternehmen hinter Cardano, in einem 25-teiligen Tweet sehr ausführlich. Und auch Charles Hoskinson machte einen 35 Minuten langen Livestream zu dem Thema, in dem er erklärte, wieso die entstandenen Aussagen nicht wahr sind. Hier aber die Kurzfassung. Cardano ist eine UTXO-Blockchain. Spezifisch verwenden sie e-UTXO, ein erweitertes Modell davon, da sie glauben, dass dieser Programmiertyp zum Beispiel unter anderem mehr Sicherheit für D-Apps bietet als kontobasierte Blockchains, wie beispielsweise Ethereum. Das Wichtigste, was man aber wissen sollte, ist, dass Cardano selbst keine Concurrency-Probleme hat. Diejenigen, die neue Protokolle für Cardano entwickeln, müssen diese nur so entwerfen, dass Parallelität auch mit dem e-UTXO-Modell möglich ist. Und das haben auch schon einige geschafft. Wie zum Beispiel SundaySwap, Ergo oder auch Ocamfile. Es hatte also nichts mit Cardano zu tun, sondern mit MinSwap selbst. Ich habe es schon in einigen Videos gesagt. Die Hardfork heute schaltet die Funktion für Smart Contracts nur auf dem Mainnet Live. Nutzer können zwar ab heute beginnen, ihre D-Apps auf Cardano laufen zu lassen, aber damit ist das Alonso-Upgrade nicht abgeschlossen. Es fehlen noch einige Stufen, in denen die Infrastruktur um diese Basis, die heute geschaffen wird, weiter aufgebaut und optimiert wird. IOHK hat bereits angekündigt, dass sie in Kürze weitere technische Dokumentationen veröffentlichen wollen, die Entwickler dabei unterstützen sollen, ihre D-Apps besser zu entwerfen. Und es werden auch weitere Maßnahmen folgen, die das ganze Smart Contract-Erlebnis verbessern werden. Für jeden, der jetzt immer noch skeptisch ist, empfehle ich Hoskinsons Stream anzuschauen, den ich oben in der Infokarte verlinken werde. Meiner Meinung nach entstanden die Vorwürfe der letzten Tage aber einfach aus Fehlinformationen und daraus, dass einige, die sich dazu geäußert haben, nicht das technische Wissen hatten, um zu verstehen, dass Cardano keine Schuld an MinSwap hatte. So, wie versprochen, gibt es jetzt aber noch meinen Ausblick für den Preis von ADA. An sich hängt alles aktuell sehr stark davon ab, was Bitcoin als nächstes macht, weshalb es schwer ist, eine genaue Aussage zu treffen. Aber aufgrund dessen, dass der Preis von ADA bereits in den letzten Wochen so stark angestiegen ist und ADA ein neues Allzeithoch bei über 3 Dollar erreicht hatte, scheint es, als wären die Smart Contracts schon eingepreist. Daher erwarte ich in den nächsten Tagen keine starke Rallye. Für mich macht es mehr Sinn, dass der Kurs jetzt erstmal eine Range findet, in der er tradet und dass wir aus dieser dann aber ausbrechen, sobald das Ökosystem an Fahrt gewinnt. Das muss aber nicht unbedingt lange dauern, denn die Bedingung ist nun dafür gegeben, dass die verschiedensten D-Apps, Exchanges und NFTs auf Cardano launchen können. So, das ist alles, was ich für dich heute habe. Falls dir dieses Video gefallen hat und du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich jetzt noch über ein Abo von dir sehr freuen. In dem Sinne würde ich aber sagen, sehen wir uns morgen wieder.